hey und herzlich willkommen zur achten folge von minecraft bugner wir werden die ganzen bücher verzauern und ich würd sagen wir legen direkt los ja auch passt ja 3 2 1 leder und spinnen jetzt noch wieder ja ich schmeiße es da vor mir ja passt die äpfel kannst du mich und alles werden verzauern Darf am, wenn du da mal zu mir mal schaust, siehst du, die Atemstlinge. Axp, das haben wir geatmet und lassen es nicht T-Spawn, sonst habe ich es. Ja, ich nehme es, war geil. So, 6, 8, 5, 5, 1. Ich weiß, ob es jetzt schon wieder Nacht ist. 7 Gaps haben wir schon. Wir brauchen noch ein Leder. Ein Leder. Ja, da sind noch mal Kühe, wir tun gerne, ich weiß nicht mehr. Ich habe eine Protection, ja. Ich habe da eine Kühe, auch cool. Ja, passt. Na, es sind 200 Fischen, sie machen wir einen Bogen. Ein Leder hätte ich. Guck, kannst du mir bis hier holzen gehen? Wachs mal, ja. Hast du am Strings noch, gell? Nein. Was, lag dann noch? Hey, dass der Creeper dann also gespringt, dann rechts vor dieser Creeper. Guck mal weh. Du Scheiße, bin ich gefährlich. Ach, das ist eine Leder nach. Und da kriegst du noch ein Opfer. Auch ein Opfer? Ich mache den Creeper, da vorne rechts hin. Ah, mein Buch. Jetzt ist das Opfer zu tun. Ja. Bauer an, zu ihm auch. Nein, aber hoff auch nicht. Aber so für Pilgen können wir nicht machen. Und da. Schaut uns an. Ja, geil, Alter. Aber ich sollte ein bisschen safer bauen. Mhm. Drei Uhr wären es auch nicht. Jetzt musst du sie zubauen. Ja, das dauert sie länger. Jetzt dauert sie länger. Jetzt dauert gar nichts dran, wirklich. Okay. Da ist schon wieder cool. Ich muss ihn nur vorne aussehen schauen, genau. Klar, Creeper wird jetzt auch Preflake aus. Reicht ist auch schon da. Jetzt haben wir es geschafft. Oder zwei Reichtes haben wir ja. Jetzt ist ihn jetzt schon wieder los. Ich will mal schauen, was da rauskommt. Ja, ist sogar cool. Ähm. Ich mach mir mal meine Schärfe Vierschädel fertig. Ja. Ja. Außer für Levels hast du nicht. Die ganze Zeit, wenn ich so scheiß Quaker machen muss. Schärfe. Ja. Schau mal ein bisschen aus. Ja. Da ist so oben. Da ist fast kein Level mehr. Guck, ich hab kein Level mehr. Guck, ich hab kein Level mehr. Guck, ich hab ein Zubi schnitzel. Ja, was mach ich jetzt? Ja, guck ich verzaubert. Ich sag mal, wie ich kann ein Level geben. Ja, jetzt geht auch mit Läpfer weiter vorne da. Irgendwas mit mir. Doch. Hä? Ah, ich bin Kicked. Kick? Kann ich jetzt gleich wieder drauf channelen? Sicher, sicher. Hey, warum bist du Kicked dran? Nicht Kicked, sondern ähm. Time. Ja, war irgendwas. Exception. Er war scheiße. Ich will gleich jetzt so ein Ding machen, will ich? Ja, was? Nein, ich mach lieber Pfeile. Ja, Pfeile. Ähm. Ja gut. Irgendwas kann ich auch noch mal die App für. Hm. Ahn auf. Ja. Guck, ich was mach man. Ich hab keine Levels mehr und so. Ja, du gehst. Mach Monster dahin. Ja. Jetzt war grad noch das. So. Ja. Ich gucke, du kannst ja selbst verzaubern gehen, oder? Ja, ich hab schon. Ich gucke, was du, ähm, klar bist. Soll die alles drin sein, oder? Ja. Ja, über 2's Decks also. Ja, über 2's Decks also. Ja, über 2's Decks. Sicher. Was raus drinnen machen, Alex? Damit du mal bessere Schwert hast. Ey, ich will... Ach so, du musst Schärfe... Schärfe... A Schärfe Buch und ein Schärfe 1 Schwert einehauen und dann eine Schärfe 2 Schwert und dann eine Schärfe 2 Schwert und dann eine Schärfe 2 Schwert. Wo krieg ich Schärfe 1 Schwert her? Liegt hier alles drinnen? In der Kiste. In der Kiste ist alles drinnen. Ja, das ist Protection 1. Nein, was? Protection 1 ist ein Schander Book. Also, du musst Schärfe 1's Buch machen. Also, du musst Z6's Buch machen, ja. Pau... Pau, Pau... Päume, aber. Krieg ich dann. Päume? Aber die... Auge. Also, ich habe da noch Auge. Achsel kriegt nix. Ja, warte, du hast dreieinig Lever. Ja. Da hinten sind Auge. Achsel ist nur scheiße. Ja... Und oben noch. Oben sind auch drin, ja. Was wollen wir denn machen? Power, eins? Ja, immer noch Power. Wir haben einen Fire and Flame, oder wie das heißt. Ich glaube, es heißt Flame, wenn wir oben kommen. Ja, das ist super. Dann schlägen wir, dann Flame. So, jetzt probieren wir mal ein Buch. Efficiency, Federfall Efficiency. Und du brauchst noch... Ich kriege auch nicht zusammen. Ich kriege auch nicht zusammen. Was willst du jetzt machen? Ja, irgendein anderes Item craften und verzaubern. Irgendwas unnady verzaubern. Ja, genau. Ja, Bögen wäre gut, aber ich glaube, du hast keine Spiele mehr. Nein, nur zwei haben wir gebracht. Hey, Loris, lecken wir. Let's get it. Was ist dein Opfer, ja. Schauen sie an. Der brauche ich noch nicht, oder? Ja, da sind überall bei mir. Aber da kann man ein bisschen schauen. Power, eins. Protection, eins. Sharpness, eins. Also Sharpness, eins. Wobei, das kostet mit drei Level, Alex. Das ist schon viel, gell? Das ist ja wahnsinnig. Dann mache ich die Protection und eins mit zwei Level. Ja, mach das. Ja. Wir sollten zu aufstehen. Wir sollten zu aufstehen. Ja, genau. Hey, du denkst du den Opfer anbauen. Den holen wir uns klar. Heppfeil. Schadness, eins, gönne ich jetzt für die Arten. Er ist klein, brauchen wir aber nicht, oder? Ja. Also du wirst dann... Also du brauchst nur an Sharpness, eins, gell? Nur eins, ja. Gibt er gute Level? Ja, ja. Ich kann eigentlich mit und schauen. Oh, mein Gott. Sharpness, eins. Oh, mein Gott. Sharpness, eins. Sharpness, eins. Sharpness, zwei. Sharpness, drei. Sharpness, drei. Sharpness, drei. Ja, okay. Geil, Alter. Was ist denn mit deinen Levels ausgegangen? Sehr viele... Und da zwei keine Levels mehr. Ja, ich leg nur zwei Protection Bücher rein. Ja, das war die von mir. Das war's, jetzt kann ich nichts mehr machen. Zwei. Ich hätte richtig gekriegt gehabt, weil ich drei Mal an der Protection aufs Buch kriege. So, jetzt bauen wir nur noch ein paar Eipfel. Nicht mehr? Ja, noch immer. Ja. Oh, lo, 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 lo. Was ist denn da alles? Hier macht's ein Schattensbücher. Ja, macht's ein bisschen. Geht's wenigstens aus dem Level. 12 Levels. 12 Levels. Ich glaube, ich habe echt nichts mit unserem Schattensbücher Brücke. Mhm. Die Bücher dann durch. Eine Protection. Oh. Ja, mach drauf auf der Rüstung. Ja. Ich bin so... Scheiße, die ganze Zeit. So, ich denke, da haben wir's drauf. Schade, nein. Nein, brauchen wir noch. Ja. Warum geht das überhaupt vorher schon mal nicht? Mhm. Ah, der Botz war, Botz war. Wir schaffen es eins noch. Botz war. Also, die... Anna, was denn? Das ist wohl das Problem ist. Ja. Schade, was. Ihr könnt doch auch ab und verzerrungen. Na, mach ich nicht wegen dem Platz. Ja, guck, ich geh mal lang. Jetzt reiß' euch auf. Ja, reiß' euch auf. Nein, ich muss noch. Verzaubern. Ja, ja, aber Verzaubern dann nicht weiter, oder? Nein, ich kann jetzt noch. Ach so, ja. Ja, wenn wir's schon aufbaut haben, warte mal kurz. Jetzt komm ich nicht ein, wie klar. Halt jetzt dein Ding überhaupt noch aus? Gold. Ah, sonst Gold. Also, du hast meine Protection-Pier weggenommen. Ja. Wem geht auch das an für mich? Guck, ich hab's noch einfach. Du hast keine Äpfel, oder? Du hast keine Äpfel, oder? Das holt mir. Ah, noch fliege ich noch. Das hat nicht Äpfel, nein. Das war... Das war... Das war... 8, 16, 24. Ja. Das ist unser guter Slayer, Alex. Slayer? Ja. Ja, okay. Wir machen keine Äpfel mehr. Äpfel ist... Geil. Geil. Er ist das gleich weg. Ja. Ja, Alex ist dann irgendwo auch gut. Aber dann... Ich hätte einen Äpfel für dich. Guck mal, hast du noch Gold? Nein, gut. Hey, der Witch, mach in, Alter. Der hat mir gerade irgendeinen Rang gegeben. Ja, wir haben zwei Äpfel. Ja, Leute. Guck mal. So. Ja. Ja, guck ich, was machen wir denn? Alles abbauen. Und sie nicht, aber? Ich baue jetzt alles ab, okay? In den ganzen Plates, haue ich in die Kisten, oder haue ich weg? In die Kisten, aber besser einen Überblick. Mhm. Wo ist die Kiste? Auf dem Bauern. Hä? Eigentlich ist da eigentlich Zucker, waren wir da? Ja, ja, nein, ich glaube nicht. Das kommt nicht raus. No. No. Ich baue es gleich auch nicht, Alter. Na. Mach. Das dauert ja noch länger. Wo ist denn? Schmeißt du dich alles weg, Alex? Ja, ich hab die Kiste gesucht. Ja, da mal. Was denn muss ich alles wegnehmen? Wolle. Der erste Reihe, ja. Ja, weg. Oh, Mann. Du hast halt gar keinen Kappel. Und... Goal brauchen wir fünf Goal, die Auge. Ja, du bist wahnsinnig. Ja, nicht mit. Umso ich, das ist ein Problem. Ich hab doch genau gar nichts mehr Platz. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ja. Passt das? Passt, oder? Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Geh mal ein... Spawn, oder? Ja, jetzt muss man spawnen. Auf 0, 0. 0. 0, 0. Ah, ich konnte noch da. Ich hab den Block hier. Ich hab den Block hier. Ist das auch Cookie? Ja, ich hab den. Nein, das ist kein Rohrfleisch, oder? Easy. Cookie, wie nutzt du eigentlich schon mal? Ich hab schon weg. Nein. 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 Nein, nein. Nein, nein. Ja, nein, nein. Ich kriege meine Levers nebenbei. Ja. Ja. Warte mal, oder? Sag mal, Philipp, woher müssen wir denn? Ja, der schaut mal gut aus. Hey, du bist. Eigentlich nutt grad aus. Und wenn dann ein bisschen nach rechts. Ja. Wenn du das sagst, Philipp. Ja, schon. Hey, zu guter. Ja. Habe ich überhaupt noch Platz dafür? Du wahrscheinlich nicht. Und kein Platz mehr, Cookie? Ja, passt. Nehme ich mit. Warte. Okay, nein. Habe ich schon. Ja, jetzt schon laufen. Mal kurz da. Nein, es geht nicht mit Knochen mal. Das wäre zu geil. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Das war's. Das war's. Das habe ich weg. Das war's. 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 Halter. Mach da Fackfling damit die Leute ganz genau wissen, wie es nur müsst ihr. Bestes Versteck. Einfach. Zum Essen? Ja, okay. Nächstes Mal vielleicht. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann gebt auf einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren Bis zum nächsten Mal Servus Tschüss Richtig verkackt